So, neue Runde. Neues Glück hier mit Snake in PlayerUnknown's Battlegrounds. Was sagen Sie wieder dazu, Snake? Prima. Genießen Sie die Aussicht. Wollen Sie wieder in diesem Chaos-Haus landen oder wollen Sie diesmal woanders hinfliegen? Wenn Sie es schon markiert haben, dann fasst ja alles. Alles klar. Dann werden wir wieder da landen. Oder da, oder da, ist doch egal. Okay. Also ich hoffe, der Loot ist ein bisschen besser beteiligt jetzt. Weil, letzte Runde war nix. Einfach gar nix da. So. Wir sollten aber jetzt langsam raus. Das gibt was für ein Anderen. Ich bin bei dir. Einer ist gelandet bei uns. Achtung. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Er ist bei uns gelandet hier. Aber der ist schon im Haus drin. Ich auch. Ich... Keine Waffe. Ich hab ne AKM. Schieß ihn weg, schnell. Schnell schieß ihn weg. Hup ihn down, hup ihn down. Ich bin das Ding. Ich hab noch einen Schuss, Mann. Komm, bitte hilf mir. Ich komm, ich komm. Wo ist er? Er ist tot, Mann. Ich bin das, ich bin das hier drin. Hast du Bandagen? Ich bin zu am Arsch, Alter. Ich hab ein Leben. Einen Schuss und ein Leben. Loot, loot, loot. Ich muss loo... Alter, hast du keine Bandagen? Nix oder was? Nein. Lass mich rein, Alter. Oh, Muni. Einen Helm. Muni. Muni. Nein. Was machst du denn? Du musst mir irgendwas holen. Ja, warte, Leute. Ich komm natürlich aber mit dir, weil ich bin halt ein Teammate, ne? Und wir sterben zusammen, wenn schon. Alter, wollte er mich rushen, der Typ mit irgendeiner geilen Waffe. Mit irgendeiner geilen Waffe wollte der mich rushen gerade. Hier liegen Bandagen. Der hat eine M16. Echt? Geil. Ich komm zu dir. Na, okay, hab nicht viel Schuss. Ah, passt. Hier liegen nicht Bandagen. Hier liegen eine M16. Ja, hab ich schon. Den Muni baue ich aber. Dann nehmen die Muni. Oh, gleich. Ich brauche Muni für die AK. Der zweite muss irgendwo rumstehen hier noch. Jetzt müssen wir jetzt zum anderen Teil gehen. Da ist einer. Wo Mois, wo Mois? Hab ihn, hab ihn. Oh, du bist die geilste... Kannst du mir Bandagen blocken, der? Du bist die geilste Schlange, Mann. Nimm alle Bandagen, die ich hab hier. Achso. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. War der Instant tot? Nein. Vor allem er schlussend hat. Nein, ich mein, ist er erst noch unconscious gewesen? Nein, er ist direkt tot. Ja, das heißt, das war der letzte. Wo ist er gestorben? Ich loop kurz. Er liegt da. Ich seh ihn nicht. Er ist weg. Hä? Ah, im Gras irgendwo. Ah, hier ist die Kiste. Ich loop kurz für dich. Dankeschön. Bitteschön. Also, geundlich. Ich brauche die Munition von der AKM. Ja, nehm die, die gönn dir, gönn dir. Ich könnte eigentlich die Vector nehmen für den Nahkampf, oder? Ja, wieso nicht? Passt. Die AKM, warte, ich hab Muni für dich. 30 Schuss hier noch. Zack. Guter Schuss. Super gemacht. Ach, ich muss mir jetzt mal Schmerzmittel gönnen. Hast du... Ah, scheiße. Das ist auch keine, ne? Ich würde gerne wissen, was auf der AKM drauf ist. Vector. Na ja, stimmt. Da hat bestimmt was Gutes drauf. Ah, ich hab ein Zweifach-Scop. Brauchst du jetzt noch ein Scop? Ja, ein Zweifach. Oder ein Holo brauche ich nicht. Das ist kacke. Ja, wäre ein Rotpunkt immerhin. Immerhin etwas. Das Zweifach war gerade echt hilfreich. Das Zweifach. Natürlich, das Zweifach ist eigentlich gut, ja. Vierfach auch. Achtfach ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ah, das geht eigentlich voll klar. Das geht voll klar. Oh Gott, Bombenzone, Alter. Willst du mich eigentlich trollen? Willst du mich trollen, Snake? Ja. Was sagen sie dazu? Werden wir diese Bombenzone überleben? Alles Tages vielleicht. Heute nicht, oder was? Das ist... Oh mein Gott, wir müssen echt schnell rein. Wir müssen schnell rennen. Ach, rennen, 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 Alter. Scheiße. Wenn die jetzt runterkommt, Mann. Bitte, bitte nicht mich. Nein, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Hinter mir explodiert alles. Guck dir das an, Alter. Es kommt näher. Es kommt näher. Es kommt näher. Es kommt näher. Ja, haben wir überlebt, ne? Läuft. Easy. Auto hinter uns. Er hat es noch nicht gesehen, glaube ich. Ne, er fährt weg, oder? Er driftet ab. Er driftet zu uns, glaube ich. Oder geht auf den Berg wahrscheinlich, um uns zu snipen. Ne, er fährt hier rein. Bist du bereit? Wir müssen kämpfen. Sie warten hier, sie warten hier. Sie rushen, sie rushen. Rausgestiegen. Jo, jo, sie kommen, sie kommen. Ich habe keine Nate. Was mache ich jetzt? Ich glaube, die gehen rechts. Intensiv. Die gehen rechts rum. Ich bleibe hier stecken. Rechts ist er. Ja. Alter, die haben mich direkt getrutscht. Ah, beide tot, beide tot. Schönes Ding, kommt zurück. Beide tot, beide tot, beide tot. Schönes Ding, boys. Ja, war Glück, war Glück. Die haben mich nicht gesehen. Ich habe einfach reingesprayt. Wenigst Gutes, Mann. Perfekte Ablenkung. Ja, hast du super gemacht. Zeig, danke für die Ablenkung. Dann habe ich ja auch noch einen Schulterschluss gegeben. Super, Mann. Wir können erst mal fett looten gehen. Und ein Auto haben wir auch noch. Ein Auto haben wir auch noch. Hast du genug SAF? Ah, ja. Ich habe nur Verbändes. Es tut mir leid, ich kann dir nichts geben. Ah, für das Dickhead passt. Ich kann dir nichts geben. Tut mir echt leid. Oh, es looten, looten, looten. Ich liebe, ich liebe looten. Oh, Schmerzmittel ganz viel für dich. Einen Vierfachscope habe ich auch. Ähm. Es gibt einiges zum Mitnehmen gerade. Es ist echt gerade... Es ist ein Vergnügen. Es ist gerade echt ein Vergnügen. Ich habe genug Schuss. Ich habe alles. Eine Pfanne habe ich auch. Ach, Leute. Hat der noch mehr SAF? Vierfachscope, das... Was macht er? Eine Granate nehme ich auch mal mit dir. Ich brauche gar nicht mehr so viel. Ich habe alles. Nimmst du das Energy und so? Boah, das ist... Was ist das? Nimm du Schmerzmittel und alles mit. Das brauchst du alles. Schmerzmittel, Energydrinks. Snake. Nimm das bitte du mit. Weil ich habe genug. Wenn du willst. Nimm die ja schon der OP. Nee, nee, nee. Passt schon. Hier ist noch mehr Muni für uns. Snake. Hier ist noch mehr Muni für uns. Haltet sich Sinn ab. Das ist so lächerlich. Jetzt läuft es halt. Das läuft es halt richtig. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Loot mehr, oder? Fehlt dir noch was? Wer platzt mir mit da? Wes, das hast du auch, oder? Ja, Level 2, ja. Das läuft überhaupt gar nichts mehr, eigentlich. Ja, doch eine 8-fach Scope. Stimmt, ich habe vierfach nur. Ich habe auch eine 4-fach. Ja, das läuft. Auto! Ohohohoho. Ist, glaube ich, vorbeigefahren, oder? Ja, ist vorbeigefahren. Richtung Süden. Okay. Die gehen für den Loot-Drop. Brauchen wir nicht. Ah, kann sein. Ja, stimmt. Der Drop, ne? Die gehen zum Drop. Was sagt die Zone eigentlich? Ah, okay. Sie kommt gerade. Wir gucken. Wir warten mal ab, was die Zone sagt. Ey, wir können so gut campen, aber auch snipen mit den Waffen. Ja, natürlich. Wir haben Scopes. Das ist mega gut. Leider fehlt mir noch meine SKS. Das wäre echt nicht so gut. Ich glaube, er ist oben stehen geblieben am Hügel. Er snipe, glaube ich, irgendwo aufs Feld runter. Müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen am besten. Ja, da schießt er für irgendwas. Hörst du es? Ah, der kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Defensiv? Soll ich jetzt auch schießen? Nein, nein, warte, warte, warte. Wir gucken, was er macht. Keine Steps. Er wird auch beschossen. Er wird auch beschossen. Wahrscheinlich hält er hier an schon wieder. Ich glaube, er hält hier wieder. Oder fährt er weiter? Ist er weitergefahren? Ja. Okay. Er wurde aber beschossen, ne? Ja, Richtung Osten. Oh. Er wurde beschossen. Oh. Wir müssen los. Wie weit ist es? Das ist nicht weit, wir können laufen, oder? Wir müssen nicht unbedingt fahren. Wir laufen auch. Wollen wir fahren oder laufen? Laufen. Gut, wir müssen aber irgendwie so laufen, dass uns der Berg nicht sieht. Wenn das möglich ist. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Na, die Zone ist nicht weit, man sieht es auf der Karte schon. Auf der Minimap. Wollen wir los? Wir könnten hinter dem Hügel laufen, rechts. Da oben war eben gerade einer, glaube ich. Wenn wir hier so ein bisschen laufen, geht das klar? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier irgendwie... Hier ist Lower Ground ein bisschen, ne? Hier können wir vielleicht ein bisschen laufen. Oh Gott, ey, Snake, Mann. Können immer nur Leute von hinten kommen. Ja, ja, das ist das Ding. Dann hätten wir vielleicht doch das Auto nehmen sollen. Ach, keine Ahnung. Ah, Mino, mach mich glücklich, Snake. Da hinten wäre eine Scheune. Da können wir ein bisschen campen. Oder taktisch warten, sagt man ja heutzutage. Das Rothaus ist auch immer beliebt. Ah, hier die Ecke wäre gut, oder? Was? Hast du was gehört? Ja, Flugzeug eben. Okay, warte mal. Gibt es hier noch irgendwas zum Verstecken? Wir können noch ein bisschen weiter gehen, oder? Lass versuchen wir ein bisschen weiter zu gehen. Es sind ganz viele Büsche. Okay, rechts von uns den Gegner. Ähm... Nordosten 60 Richtung Rotes Haus runter. Am Baum rum. Ich sehe sie, ich sehe sie. Am Baum rum. Ist es ein oder zwei? Es ist nur einer, oder? Sollen wir beschussen nehmen? Er ist zu weit weg, lass es. Er ist in Bewegung. Ey, lass, 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 lass. Scheiße. Er ist so nicht machen sollen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, das ist recht. Lass schnell weggehen, okay? Komm in die Zone, Mann. Komm in die Zone. Vielleicht sind wir beim Stein. Der rennt, glaube ich. Der ist, glaube ich, so ein orangen Fallger. Oh, die Pfanne hat mir den Arsch gerettet gerade. Echt? Ja, ist gerade abgepallt. Pass auf, da kommt ein Auto. Wo? Oh mein Gott, steht doch nicht auf. Wieso steht er auf? Ich habe sich gerade hingelegt. Auto ist vorbeigefahren. Kommst du zu mir hinter den Stein? Das ist immer einigermaßen safe, glaube ich. Er ist mir brusht uns halt gleich. Zickzack, Mann. Achso, du rennst gar nicht mehr. Die Pfanne hat mir gerade den Arsch gerettet. Siehst du den Typen noch? Nee, der hat sich hingelegt. Er hat auch im Kartoffelfeld. Ich booste mich jetzt schon. Ich booste mich jetzt schon. Auto links von uns, fährt weg. Fährt weiter. Sieht man uns hier am Feld? Ich weiß es nicht. Nein. Wir müssen gleich weiter. Ich booste mich jetzt auch kurz. Rechts von uns, rechts von uns. Nicht boosten. Oh, scheiße. Rechts von uns. Nee, ach, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Oh Gott. Wieso stehe ich auf, Mann? Okay. Au, fuck, fuck. Vom Berg, vom Berg, vom Berg. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Das ist außer der Zone. Ja, treff mich halt. Der trifft mich. What the fuck? Wie spammen die? Der hat mich zweimal hintereinander getroffen. Ich glaube, der schießt aus dem Haus. Ausdruck habe ich mich geboostet. Renn mal ein Rennen. Die Zone kommt noch nicht, oder? Wiss ich nicht. Ich habe einen Schuppen gefunden, da gehe ich erstmal rein in den Camp. Ich habe einen Busch gefunden. Die sehen mich, glaube ich, nicht. Ich darf mich einfach nicht bewegen jetzt. Geht's dir gut? Hast du alles gemacht? Wir waren gerade wieder echt umzingelt. Das war mega kacke. Der ist rechts im Busch bei dir. Der war in dem Teil noch. Also musst du aufpassen. Rechts im Busch? Ja, da ist doch einer. Da wollte er uns buschen. Bevor ich auf den schießen konnte. Ne, es hat... Oh, die kommen, ja. Die kommen. Ich sehe sie. Die rennen in deiner Richtung, glaube ich. Die rennen in deiner Richtung, Snack. Und wo aus rechts? Links? Ich sehe es nicht. Ost. Süden. Die rennen in Richtung Süden. Richtung Süden. Und von wo aus? Rechts von dir irgendwo müssen die jetzt sein. Du bist an der Scheune, oder? Ich sehe sie, ich sehe sie. Okay, gut. Mach keinen Scheiß. Wenn es geht, versteck dich. Oder sonst, wenn du safe hast, kill die. Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Nice. Gut gemacht. Einer ist down. Aber nur knocked out. Ja, wenn du den einen killst, ist der andere auch tot. Oder du killst den anderen halt direkt. Ich sehe sie nicht mehr. Die werfen mir Granaten. Zone, komm, Zone, komm, Zone, komm, Zone, komm. Trenn weiter. Du musst trennen. Oh, die schießen sich gerade richtig die Rübe weg hier. Die schießen sich gerade alle die Rübe weg hier. Ich habe vergessen, Energy Drill zu nehmen. Scheiße. Pass mal, schaffst du. Oh ja, ich habe sie... Ich habe sie... Ich habe sie... Er ist gestorben, außer der Zone. Nice. Warum habe ich ein rotes T-Shirt einmal? What the fuck? Ich habe es außerdem aufgenommen. Bei mir steppt einer. Ich glaube, das ist im Haus drin. Das ist im Haus drin, ja. Welchem Haus? Vor mir, vor mir direkt. Hast du den im Blick? Weil dein Rush jetzt recht... Nee, ich habe ihn gerade nicht im Blick, Alter. Das ist noch zwölf, Leute. Das ist noch zehn. Minus zwei halt. Naja. Bei 30 renne ich zu dir, okay? Hat er hart-hit? Ist bei mir irgendwo. Immer noch. Bald bin ich gekonzentriert. Ich komme. Renne. Pass auf, pass auf. Die Campen irgendwo. Ich habe eine kleine Ablenkung. Direkt vor meinem Haus irgendwo. Die Zone kommt auch gleich. Wir müssen gleich los. Wir müssen jetzt entweder direkt töten... ...or die töten uns. Ich glaube, ich muss jetzt direkt töten. Aber ist im Haus drin, ne? Auf mich wird geschossen. Du musst weg, du musst weg. Die Zone kommt. Nein, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn. Der andere ist auch tot. Nice. Rennen, Alter. Ich schwitze, Mann. Die Zone, die Zone. Oh nein, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Ich auch. Da wird wohl hinterm Berg. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn auch. Aber ich kann nichts machen gerade. Hier hinter. Okay. Hier drinnen einfach. Chill, Mois. Hast du Band? Hast du Medikids? Ja. Dort mir bitte eins. Slow oder was? Ich habe nichts mehr. Wo bist du? Ich sehe dich nicht wegen dem Busch. Direkt neben dir liegt es. Ja, warte, ich nehme ein Schmerzmittel kurz. Ich habe das... Okay, ich nehme es fast echt kurz wieder auf. Zone. Alles gut. Leg es hin, leg es hin. Ist schon gedroppt. Dankeschön. Obwohl... Ja. Ne Schei. Einer ist bei uns... Ja, er rusht mich mit der UMP. Wo ist er? Da oben auf dem Berg, da oben auf dem Berg. Da hole ich... So ein, Blöder. Er hat mich down. Was habt ihr gesehen? Das ist ne UMP oder ne... Warte, warte, kurz, warte, kurz. ...sektor. Nein, schon wieder, Alter. Ich habe noch einen mitgenommen. Das gibt es nicht. Schon wieder Platz 5, Mann. Ey, der Typ war so ein Arsch. Doch, als er es gerusht hat... Alter, egal. Das war ein richtig geiler Round-Mäus. Richtig geil, Mann. Wirklich, ey.